Die digitale Transformation durchdringt mittlerweile sehr viele verschiedene Fachbereiche und Lebensbereiche. Gleichzeitig verlaufen die Diskurse zu dem Thema sehr stark polarisiert. Deswegen soll das Erweiterungskurriculum Digitalisierung verstehen und mitgestalten eine ermächtigende Perspektive auf das Thema eröffnen. Studierende sollen in die Lage versetzt werden, die Potenziale der Digitalisierung zu verstehen und gleichzeitig die Risiken konstruktiv und kritisch einschätzen zu können. Ich würde mir wünschen, dass Studierende ein grundsätzliches Interesse an digitaler Technologie mitbringen. Das heißt für mich, dass man sich auf Veränderungen und auf Digitalisierung einlässt, das aber durchaus gerne kritisch mit einem Blick auf Risiken als auch auf Potenziale. Das Curriculum vermittelt Qualifikationen auf drei unterschiedlichen Ebenen. Im ersten Schritt wird ein breites interdisziplinäres theoretisches Verständnis zum Thema aufgebaut. Im zweiten Schritt wird der Umgang mit digitalen Medien geschult. Und daraus ergibt sich im dritten Schritt dann diese ermächtigende Perspektive, aus der heraus Studierende selbst aktiv die Digitalisierung mitgestalten können. Im zweiten Schritt